In diesem Spiel können Sie üben, alle Bünde zu finden, die ein bestimmtes Tonleiterkastenmuster bilden. Sobald Sie alle Noten in einem Kasten gefunden haben, wird das nächste Tonleiterkastenmuster angezeigt. Merken Sie sich diese Formen sind ein wichtiger Schritt beim Erlernen der Gitarre. Tippen Sie auf alle Bünde, die im angezeigten Tonleiterkastenmuster enthalten sein sollen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017